Sag mal, Olli, weißt du noch, letztes Mal am Ende, ich so, ja, und nächstes Mal auch wieder mit mir und mit Flo, was? Hast du so gesagt. Ja, Random Game Facts 908. Ja. Bevor es die Inklings in Splatoon gab, hatte man eine andere Idee, und zwar sollten da eigentlich Hasen stattdessen rumrennen. Ja, warum jetzt Hasen? Ja, weil die eh schon weiß sind, da sieht man also, wenn die angeinkt worden sind und durch die Ohren kann man sogar sehen, wo die auf der Map so rumlaufen, warum es dann keine Hasen geworden sind, keine Ahnung, vielleicht brauchte Nintendo einfach noch ein bisschen Zeit, bevor sie Hasen in ein Nintendo-Spiel packen. Hasen, 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 Hasen. Hideo Kojima und seine Truppe sind ja bekannt dafür, dass sie bei Bosskämpfen auch unkonventionelle Lösungswege anbieten. So auch bei den Beauty and the Beasts aus Metal Gear Solid 4. Wenn man nämlich lange genug vor denen wegrennt, dann wird man in so einen großen weißen Raum teleportiert, wo quasi nichts ist, außer der Boss, mit dem du dann tanzen kannst, posen kannst und auch kuscheln kannst. Nochmal Metal Gear, denn so hieß es früher Metal Gear Solid ja erst später, aber wo kommt eigentlich das Solid her? Das hat mehrere Gründe, zum einen ist es natürlich eine Referenz auf den Hauptcharakter Solid Snake, zum anderen ein kleiner Seitenhieb gegen den Entwickler Square, denn Hideo Kojima dachte sich damals, ein Square, ein Viereck, das ist ja nur zweidimensional und Konami möchte bestimmt besser sein als zweidimensional, also brauchen wir was besseres als ein Square, wie wäre es zum Beispiel mit einem Würfel, der ist dreidimensional. Und Solid. Und Solid ist der Würfel. Fertig. Dieser Japaner. Dieser Hideo Kojima. Ein jeder kennt ihn, alle lieben ihn, den Vault Boy aus Fallout, aber wusstet ihr eigentlich, wem der nachempfunden ist? Nämlich Mr. Monopoly, Rich Uncle Pennybags, dem Urvater des Brettspielkapitalismus. Dessen Erfinder, Lennart Bojarski, arbeitete zwischenzeitlich übrigens bei Blizzard an Diablo 3 als Leadworld-Designer. Der Erfinder von Mr. Pennybags? Nein, der von dem Vault Boy. Das wäre so seltsam. Wer sich, warum auch immer, durch die Daten des Check-Me-Out-Kanals auf der Wii gräbt, der findet dort diese realistischen Texturen eines Menschen. Was die da machen und was das soll, keine Ahnung. Was aber noch viel verwirrender ist, exakt dieselben Texturen findet man auch im Wii-Spiel Club Penguin Game Day. Wow, ganz schön randomer Game Fact auf jeden Fall. In Skyrim gibt es ein kleines, aber sehr feines Museum, in dem ganz tolle Ausstellungsstücke ausgestellt sind. Unter anderem auch ein Gegenstand aus dem Vorgängerteil Oblivion. Genauer handelt es sich dabei um eine Seite aus einem Kultistenbuch, genauer nämlich dem Mysterium Xarxis. Und das kann weder gestohlen noch bewegt werden. Wenn man aber lange genug drauf rumkloppt, wird daraus ein Holzeimer. Magic. Criss Angel. Mein Magic. Im Gefängnis-Level von Marvel Ultimate Alliance 2 findet man eine eher unkonventionelle Waffe auf dem Boden rumliegen. Ein großes Stück Seife, worauf das anspielt, sollte hoffentlich jedem klar sein. Jetzt ist aber die Frage, too big and aufheb or not too big and aufheb? Persona 5 strotzt nur so vor Anime-Referenzen, so auch als Yusuke in Futabas Zimmer ist und Sentai-Actionfiguren neu anordnet. Und wer genau hinschaut, sieht, dass er die nicht irgendwie angeordnet hat, sondern nach der Pose des weltbekannten Ginyu TalkSentai, also dem Ginyu Squad aus Dragon Ball Z. Wer Banjo-Kazooie für die N64 gespielt hat, erinnert sich eventuell an das ganze lustige Gebrabbel der Figuren und auch an Klungos Sprachfehler. Aber das Der-List-Bild hätte man fast gar nicht mitbekommen, denn der ganze Worttext sollte eigentlich ganz anders dargestellt werden, nämlich in sogenannten Bubblespeak. Also einfach so kleine Infografiken, kleine Piktogramme fast. Das hat es da nicht ins Spiel geschafft. Schade eigentlich, passt ganz lustig in das ganz lustige Spiel rein. Ist aber auch so ganz geil, oder? Ganz lustig. Auf jeden Fall. Lustig. Spiele zu filmen sind eigentlich fast immer durch die Bank weg scheiße. Aber hättet ihr gewusst, welches das allererste Videospiel zu einem Film? Ja, welches? Ja, Raiders of the Lost Ark steht da, wusste ich aber auch so. Richtig. Aus dem Hause Atari ist übrigens fast zeitgleich erschienen mit E.T., was dann quasi so den Untergang der ganzen Filmversoftungen von Atari verursacht hat. Das Ding war tatsächlich so kacke, dass die 728.000 Kopien davon unverkaufte Kopien in New Mexico begraben haben. So kacke war das. So kacke. Was übrigens nicht kacke ist. Dieser Kanal hier. Den solltet ihr deabonnieren. Was jetzt? Den solltet ihr deabonnieren und dann abonniert ihr ihn nochmal. Und dann machen wir davon 728.000 Kopien und vergraben die in New Mexico in der Wüste. Genau, wir drucken YouTube aus und vergraben das jetzt in der Wüste. Geil. 728.000 Seiten. Das muss aber eine ganz schön große Wüste sein. Richtig war schön. Wenn ich Wüste, wo wir so viel Sand herkriegen, dann könnten wir unseren Plan aufhägen. Oh Gott. Durchkämmt. Durchkämmt die Wüste. 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 Vielen Dank.